Musik Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bobash Ähm, ja, ähm, heute spiel ich mal alleine, nicht so wie bei der letzten Folge, da war ja gestern mein Kumpel hier Oder, beziehungsweise, ähm, heute Ähm, ja, und wir sehen uns gleich nach dem Intro, viel Spaß So, da sind wir wieder Und, ähm, es geht hier los und anscheinend ist es die Mode Mario Ähm, kommt oft dran, aber ich mag die jetzt nicht so sehr besonders Ah, nee, Ben Windu steht mir im Weg Der nervt Hä? Okay, ich, deswegen hasse ich die Map Weil ich das nie kann, hier oben Außerdem, weil hier nur so wenig Glas ist, kann man hier schlecht, äh Boah, die sind voll gut, die sind voll gut, die sind voll gut Ja, ähm Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben Ähm, ich werde gleich nach, also nach der Folge, werde ich eine neue Folge herausbringen Und, ähm, ihr könnt ja mal ruhig in die Kommentare schreiben Ob, Bunny HD, also ich, ähm, ob ich mit ihr vielleicht zusammen passe Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben Und das war eine sehr schnelle Runde Und ich würde sagen, wir sehen uns nach einem kleinen Cut Bis gleich, Cheerio So, da sind wir wieder, ähm, und ja Ihr könnt, ihr könnt ja mal ruhig in die Kommentare schreiben Passt Bunny HD mit demjenigen, mit dem ich später, also jetzt nach der Folge spiele Passt der mit dem zusammen Also, ich werde auf jeden Fall, ähm, erstens Ich werde mit einem Mädchen spielen Das steht schon mal fest Ähm, und zweitens Ihr könnt ja mal ruhig in die Kommentare schreiben Ähm, ob wir mal öfters aufnehmen sollen Ähm, weil, ähm, sie ist, ähm In derselben Klasse wie ich Also in der Schule sind wir, äh, in derselben Klasse Und ja, also wir verstehen uns gut Also, bla 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 Und ja, ihr könnt ja mal ruhig auch in die Kommentare schreiben Ob es was wird Also jetzt nicht in, in die Real Life, sondern hier in der Minecraft Ähm, vielleicht wird es ja was Keine Ahnung Ihr könnt ja mal ruhig in die Kommentare schreiben Ähm, beim nächsten Video, äh, ähm, könnt ihr ja sie mal erkennen Also da wisst ihr dann ja auch mal Äh, wie ihre Stimme ist und so Äh, ja, und dann, äh Würde ich mal sagen Wir spielen jetzt mal die Runde hier zu Ende Ohne dass wir gleich wieder, ähm, von irgendwelchen Typen da Und tschüss Tschüssi Nein Ja, der Enderbau ist so geil Ohne, ich will nicht Oh, mein Stuhl kippt gerade runter Ich habe jetzt auch einen neuen Drehstuhl Und, ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, er ist, war zwar übelst teuer Ähm, aber, ähm, 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 aber er ist wirklich, es ist mit einer der besten Drehstühle, die ich jemals habe Ähm, oder hatte, ähm, weil es ist so gemütlich Das könnt ihr euch eigentlich gar nicht vorstellen Wie gemütlich das ist Okay, da waren wir schon mal in einem... Oh, tschüss So, wir haben vier Kills, ähm, sind jetzt nicht, ist jetzt nicht so sehr weltbewegend Den schubsen wir mal runter Ah, Penner Mein Loser Nein Nein Komm, wir müssen dem Typen helfen, wir müssen dem Typen helfen Du darfst nicht sterben Wenn du stirbst Du gibst... Aua, Aua Hä, warum schießt die immer alle auf mich? Mann, was ist das, ey, das gibt's doch nicht Dies ist unmöglich Immer auf Bunny HD Genau, immer auf Bunny Style Immer geil Da bin ich Bunny Style immer geil Bunny Style immer geil Ja, ähm, und ich werde jetzt mal die Skype-Nachricht da unten, äh, aufbenden Ops Ähm, gut, ja Nein, noch einer hat das für mich verlassen Okay, ähm Tio, Nimo Ach, Mann, ey Hey, ey, aufhören, aufhören, aufhören Hallo Nein, wir haben jetzt kein Glas mehr Ach, nee, das war ja auch wieder dumm Da sag ich nur Bunny Like a bunny, sag ich dann nochmal Und tschüss Cheerio, sag ich dann nochmal Flipper Say I Denn Mein, mein, mein English is not so gut Ähm, ja, müsst ihr wissen Ja, das ist, äh, die vierte Folge, glaub ich Ja, von Bobesch Ist die vierte Folge Und ich, äh, freu mich auch schon so richtig Wenn mal Weil, ich werd auch bald so ein Abo-Special machen Also immer fleißig abonnieren Ähm Ja, ich sag euch, das Abo-Special wird richtig geil Ich hab ja auch neulich meinen neuen Kanal-Trailer rausgewirrt Ähm, mein Freund hat den für mich gemacht Weil meine Stimme da echt tief im Keller war Und, äh, deswegen hab ich's, äh, nicht mehr geschafft, ihn zu drehen Ähm, aber das nächste Mal werd ich dann auch einen Kanal-Trailer machen Ähm, ja, und dann würd ich mal sagen, wir sehen uns Boah, ey, übertreib's mal nicht, kleiner Mann Boah, ich brauch Glas Aha, da kommst du nicht hoch Da kommst du nicht hoch Wir wurden abge... Ballert Ballert Nein, bedeniert Bedeniert Ich hatte nie mehr Ich hasse die Map Ja, wie schon gesagt, ähm, vergesst nicht in den Kommentaren abzustimmen Ähm, erstens, ob ich mit dieser Person noch zusammenpasse Und zweitens, ähm, ob ich dann ein Abo-Special machen soll Bei so und so viel, ähm, Abonnenten und so, ähm, und wenn ich dann auch mal Hallo Hä, wo hat der sich hingebottet? Schlawingel Tschüss Idiot Ah, ha, 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 da komm schon, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm Da komm, mein Kleider, da komm, mein Kleider, da komm Nein, ach, schade, GG Oh, nee, die Roten haben gewonnen Ja, naja, eine Runde gewonnen, eine Runde verloren Naja, fände ich jetzt nicht so sehr schlimm Aber kann er auch halt mal vorbekommen Und ihr könnt ja auch ruhig mal, ähm, in den Kommentaren abstimmen Ja, ob ich mit ihr vielleicht zusammenpasse über Minecraft Ob wir mehrere Folgen dann drehen sollen Oder auch nicht, ähm, könnt ihr ja mal alles in die Kommentare schreiben Und dann sehen wir uns dann bei der nächsten Folge mit ihr Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal Tschüss